Die meisten Menschen glauben, dass Dehnen die beste Lösung für ihre wiederkehrenden Verspannungsbeschwerden ist. Doch ist das wirklich so? Oft dehnen und rollen wir alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Kurzfristig hilft das auch oft. Aber behandelt es wirklich die Ursache oder nur das Symptom? Bewegungs- und Verspannungsschmerzen sind nämlich oft nur ein Symptom eines tiefer liegenden Problems, das durch Dehnen allein nicht gelöst wird. Wie findest du jetzt aber heraus, ob du nur das Symptom behandelst? Zum Beispiel durch das Wissen über den normalen Bewegungsbereich eines Muskels oder eines Gelenks. Denn nur wenn ein Muskel tatsächlich zu kurz ist, zum Beispiel durch einseitiges Bewegungsverhalten oder Belastung, kann denen hier auch wirklich helfen. Und leider reicht die bloße Tatsache, dass du in einem Muskelbereich einen Stretch spürst, nicht aus, um zu beurteilen, ob dieser Muskelbereich tatsächlich auch verkürzt ist. Deshalb müssen objektive Tests herangezogen werden, um das zu beurteilen. Denn wenn der Muskel nach objektiven Kriterien nicht verkürzt ist, sondern sich nur verspannt anfühlt, dann behandelst du wahrscheinlich nur das Symptom und nicht die Ursache deiner Beschwerden. Wenn du jetzt Muskel dehnst, die bereits eine optimale Länge haben oder die bereits überdehnt sind, riskierst du ihr Gleichgewicht zu stören oder sogar Dysbalancen weiter zu verschlimmern. Und das kann manchmal dazu führen, dass du dich nach dem Dehnen zwar kurzfristig besser fühlst, weil du die Verspannung löst, obwohl du das eigentliche Problem langfristig verschlimmerst. Dein Körper erzeugt nämlich oft Verspannung, um instabile Bereiche zu stabilisieren. Denen kann jetzt diese unliebsame, aber eigentlich sinnvolle Verspannung zwar kurzfristig reduzieren, aber nicht das langfristige Instabilitätsproblem lösen. Und genau an dieser Stelle setzt das Funkfit 360 Grad Mobility Online Programm an. Im Professional Paket enthält es zahlreiche Tests, mit denen du herausfinden kannst, ob ein Muskelbereich zu kurz, zu lang oder ideal ist. Anhand deiner Testergebnisse erhältst du dann gezielte Übungsvorschläge, die deine individuellen Schwachstellen adressieren. So vermeidest du Überdehnungen oder Unterforderungen und trainierst zu jedem Zeitpunkt effizient. Dabei zeigt dir jedes Trainingsvideo die Übungen in Echtzeit und mit klaren Anweisungen, um Fehler zu vermeiden. Und für alle, die eine einfachere Lösung bevorzugen, bietet das Athletikpaket die gleichen auf bestimmte Schwachstellen zugeschnittenen Trainingspläne und Trainingsvideos. Anders als beim Professional Paket wird hier jedoch nicht mit Muskelfunktionstests gearbeitet, sondern mit allgemeinen Orientierungshilfen und Hinweisen dazu, wie sich Schwachstellen typischerweise bemerkbar machen. Dieses Vorgehen ist zwar etwas weniger zielgerichtet, jedoch immer noch wesentlich besser als schmerzhafte Bereiche pauschal und planlos zu dehnen. Es ist zudem die beste Lösung für alle, die direkt und ohne tieferes Vorwissen einsteigen möchten. Das Funkfit 360-Grad-Online-Mobility-Programm ist modular aufgebaut und in zwei Module gegliedert. Modul 1 behandelt den kompletten Unterkörper und Modul 2 den kompletten Oberkörper. Ein besonderes Merkmal des Online-Programms ist, dass die Kosten nur einmalig anfallen, worauf du dann ein Leben lang Zugriff auf alle Inhalte behältst, inklusive aller kostenlosen Updates, die regelmäßig erscheinen. Dazu zählen zum Beispiel auch regelmäßige Exklusiv-Videos, die die kostenlosen Videos auf YouTube vertiefen und ergänzen. Außerdem lassen sich auch alle Inhalte neben dem normalen Abruf über deinen Computer auch über unsere zugehörige und kostenlose Funkfit-App abrufen. Das Besondere an der App, nach der Installation lassen sich alle Inhalte auf dein Smartphone herunterladen und sind somit auch offline ohne eine Internetverbindung abrufbar. Die weiteren Vorteile des Programms sind, dass deine persönlichen Fragen im Umgang mit dem Programm von mir persönlich im Rahmen des Programms beantwortet werden, du weiterhin noch ein sehr ausführliches E-Book erhältst, das alle Übungsbeschreibungen sehr detailliert enthält und zusätzlich, dass alle ab 2024 veröffentlichten YouTube-Videos, die zum jeweiligen Modulthema passen, auch innerhalb des Programms ohne Werbeunterbrechung abrufbar sind. Zusammengefasst hilft dir das 360-Grad-Mobility-Programm, eine gesunde Balance zwischen Kraft und Mobilität herzustellen und chronische Beschwerden vorzubeugen oder aktiv gegen die Ursachen dieser vorzugehen. Und alle weiteren Informationen zu diesem Programm findest du auf dieser Seite.